Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alien Isolation. So, wir starten das Spiel. Und zwar Spiel fortsetzen. Ich hab keine Ahnung, wo wir uns jetzt gerade befinden. So wie immer. Ich weiß nur, dass wir in der letzten Folge ganz viel geklettert sind. Das weiß ich nur. Schauen wir mal, was jetzt abgeht. Oh Gott, das ist natürlich noch die Beste. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Also, ich bin hier runtergekommen. Das Alien läuft da oben rum. Das hört man. 100%ig hört man das. Also, wenn ihr das nicht hört, dann seid ihr schwerhörig. Schwerhörig, ja. Also, wir haben Molotov-Cocktail. Wir haben Geräuschmacher. Wenn wir jetzt da hinten Geräuschmacher... Ich... Was ich mich jetzt allerdings auch frage, kommt man da rein? Das werden wir natürlich erst... Ne, eine Blendgranate will ich jetzt nicht. Ich will einen Geräuschmacher. Ach, die Musik... Nein, den will ich nicht zusammenpassen. Oh, wie ich das jedes Mal... Danke. Hasse wie die Pest. Kann ich den da hinten irgendwo hinschmeißen? Oh, ich hab so einen Schiff... Warte mal. C zurück. What? Ich will den... Achso. Kein Fall. Ich... 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 Ding, sie hier schon wieder... RMT zielen. Rechte Maustaste. Okay, rechte Maustaste zielen. Oh, shit! Fuck! 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 La, 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 la. Guckst du dich jetzt wenigstens um die Viecher da hinten? Also. Kann das sein, die ist hier gerade am... Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Alter, ist das mein Teil? Wo zum Geier sind die? Okay, wir versuchen es nochmal. Nicht mit dem Revolver, sondern... Rechte Maustaste. Warum zum Geier kann man das denn nicht... Jetzt haben wir einen scheiß Geräuschmacher verdingst. Kann man den nicht jetzt hier hinten? Weil ich will nicht nur noch mehr Revolver-Patronen verdonnern. Da hinten ist ein Ausgang. Okay. Wenn wir jetzt hier uns hinstellen. Wenn du hier rauskissst. Also rein. Dann fahren wir meinen Geier. Also rein. Ja, wer war das wohl? Also, ich war's nicht. Oh, wie geil. Geil! So, nochmal Inventar. Können wir nochmal entbauen? Macht Spaß! Oh, wie können wir ja so viele von bauen? Ich bin ja sowas von... Ja, nochmal! Voll geil! Ich will nochmal einen bauen. Komm jetzt, nochmal einen. Weil es so schön ist. Kann ja sein, dass ich nochmal brauch. Wenn der Typ da, der gerade Francis, Francis gerufen hat. Oh. Das Teil ist noch da. Jetzt ist es hoch. Haben die denn irgendwas, um ehrlich zu sein? Ich will's gar nicht wissen. Wow. Klettern! Klettern! Fick die Hände! Also, ich glaub, mit Looten wird's an der Stelle echt nicht. Nix. Ich krieg jetzt schon noch Kälteschocke vorm PC. Ey, das hat schon was zu bedeuten. Gänsehaut. Gänsehaut pur gerade, ey. Oh. Alien, bist du jetzt hochgelatscht? Ich glaub ja immer noch, dass das hier rumläuft. Hat's doch gerade eben genug Snacks, Mensch. Cafeteria hat jetzt geschlossen. Es ist kein Happy Happy mehr da. Warte mal, das hat sich gerade angehört, als würde das Teil hochgehen. Und dann ist es doch nicht oben. Alter, ist das genau über uns? Oder hinter uns? Neben uns? In uns? Alter. Das läuft da rum, oder? Ey, das hört sich an, als wäre das direkt neben uns. Oder hinter uns. Uuuuh. Lalalala. Lalalalalalalala. Alter. Fick dich doch. Geh doch weg. Konzeptionale Reinheit? What the fuck? Ist das jetzt oben? Unten? Also, das wäre jetzt der Moment gewesen, dort hinten hin zu stürmen, um dort in dieses Kammelchen zu dingsen. Wir gucken mal. Also, wir haben hier vorne dieses Teil, was wohl Strom hat, so wie es ausschaut. Alter, wenn das kein... Wenn das keinen Strom hätte, ne? Ist doch direkt vor unserer Tür das Fiege. Hier hinter den blauen... Äh, hinter den blauen... Hinter den... Hinter... Jetzt. Komm, 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 komm. Ok, 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 ok. Lass wir doch irgendwo hinkommen. So, gucken wir uns nochmal die Map an. Äh. Ja. Ok, da sind wir hoch... Hier sind wir hochgekommen. Kann man hier irgendwo hin? What? Hier geht's nach oben. Wo auch immer hin. Lalalala. Alter. Ist das jetzt Blut von oben? Was steht denn da? Man kann's nicht lesen. Oder Blut von unten. Na ja, Blut von oben wäre irgendwie komisch, weil dann müsste das Metall ja blutdurchlässig sein. Oh Gott, ich hab Schiss. Okay, ähm. Okay, ähm. Hier haben wir ein ganz tolles System. Wir gucken uns das hier erstmal an. Vielleicht ist hier irgendwas. Ist das Wasser? Ich will's gar nicht ausprobieren. Gott im Himmel. Ich war schon Schiss, dass das Teil... Ah, da oben könnte es sein. Was haben wir denn hier? Können wir hier was mitmachen? Nee. Schrott einsammeln. Was haben wir hier? Eine Impfpistole. Also nur, weil wir leicht haben. Wir haben nur leicht. Sonst hätten wir hier gar... ...gar nichts bekommen, Alter. Ich hab Schiss. Wenn ich jetzt hier drunter durch... Da ist schwarz. Da können wir wieder Schrott einsammeln. Komponente B ist voll. Was können wir denn... Komponente B... Was macht man denn mit Konto... Kontonente. Mit der Komponente B machen wir ein Medikit, glaube ich, ne? Ja, komm. Naja, das bringt aber irgendwie nichts. Da, ganz ehrlich, wir haben schon so viele... Wie viele haben wir denn? Ja, wir haben genug Revolver, eine Leuchtfackel, Geräusch, eine Blendgranate. Ja, aber da fehlt uns die Sprengkapsel für. Molotow-Cooktail. Fehlt uns auch die Sprengkapsel und... Das ist mit der Mine. Da fehlen uns genug Sachen. Okay, wir könnten ein Geräuschmacher machen. Ja, wartet. Ja, komm, wir machen einfach wieder ein Medikit, weil wir das können die ganze Zeit. Und für was anderes braucht man das Zeug wohl gar nicht. Jetzt kann ich das Teil auch wieder mitnehmen. Nein, ich will hier gerade unten nichts machen. Also, über uns, äh, in dieser schönen, schönen, äh, Looter-Gegend, wo wir immer nur Schrott kriegen und Impfpistolen und Mast, läuft das Alien gerade rum. Es macht seinen Mittagsspaziergang, hat gerade eben richtig gut gegessen. Ich meine, es gab immerhin, glaube ich, drei oder vier Typen. Alter. Na, das ist jetzt ganz oben. Ich glaube, wenn wir da jetzt vorbeigehen, kriegen wir erstmal einen gewischt. Na, doch nicht. Was haben wir da liegen? Einen Sensor. Und hier haben wir irgendeinen Eingang, Hochgang, den ich nicht benutzen will. Den will ich wirklich nicht benutzen. Weil wir sind dann wieder oben, und zwar genau auf der anderen Seite. Okay. Na, nein. Curiosity kills the cat, ne? Kennt ihr das? Also, Neugier tötet die Katze, dementsprechend machen wir das richtig sneaky. Machen wir überhaupt gar keine Geräusche hier. Ist ja total geräuschlos, was wir hier alles machen. Ähm, laufen wir mal kurz geradeaus. Sammeln wieder Schrott ein. Alter, what the... Ich will keine Rohrbombe, ich will... Mö, nur Tufi. Tufi, Tufi, Tufi. Für was brauchen wir denn sonst noch Ethan-Roll? Das ist... Ne, ein P-Mini. Minier. Was ist doch alles doof. Früher war alles besser. Warum geht das denn jetzt? Hä? Okay. Naja, okay, den Ethanol können wir leider nicht mitnehmen. Leider nicht. Hätte ich echt gern gehabt. Wir haben bis jetzt nur einen scheiß Molotow-Cocktail. Ich frag mich, wie wir das hinkriegen sollen. Ähm, ernsthaft? Ich dachte, jetzt geht's hier damit so weiter. Ernsthaft? Warum geht's hier nicht weiter? Oh, fick dich doch, ey. Ernsthaft? Das heißt, ich muss oben, wo das scheiß Alien rumläuft, muss ich jetzt ernsthaft noch was machen? Also nicht, dass ich, äh, dass ich, äh, hier totalen Schiss davor hätte. Also ich meine, das Ethanol hätte ich ja schon gerne noch mitgenommen, aber... Oh Gott. Oh Gott. Also wir können hier unten nichts machen. Wir können hier nichts drehen. Was ist das denn bitte? Oh, ich hab' Schiss. Okay, gucken wir mal. Ähm, da waren wir hoch. Dann gehen wir da wieder runter. Äh, wieder hoch. Wir sind jetzt hier hinten. Kann ja auch laufen. Hier unten passiert ja nichts. Naja, so gut wirklich laufen kann ich hier aber auch nicht. So gebückt. Gut, das macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt auf Rennen drücke oder nicht. Warte mal kurz. Was? Ich sag's dir, wenn da jetzt irgendein verfickter Bauplan ist, ne? Wo sind wir hier? Ist das... Ist das echt der Raum, wo wir gerade eben waren? Ernsthaft? Da muss ich echt hin. Okay. Fuck you. You son of a bitch. I'm no son of a bitch. Credit service. Ich sag's dir, wenn wir jetzt hier umsonst hinlaufen, ne? Ah, das sieht... Fuck. Fuck, 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 fuck. Warte mal. Da soll jetzt noch irgendwo ein Plan sein. So viel zum Plan. Gibt's hier in der Mitte noch was? Ich will ja gar nicht hin, um ehrlich zu sein. Lalalala. Lass mich raten, da müsste man theoretisch durch, damit man da hinkommt. Oh Gott, da oben ist ein Androide, der tot ist. Naja. Also eigentlich müssen wir jetzt nochmal rüber auf die andere Seite, um zu gucken... Alter. Um zu gucken... Kann man hier noch irgendwas looten? Ob man da etwas mitnehmen kann. Oder... Können wir speichern? Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin absolut nicht da. Das ist direkt vor uns. Das ist oben drin. Das kommt jetzt gleich runter. Gehüpft. Ich merke das schon. Komm. Komm doch. Baby, come on, baby. Like my fire. Das ist genau über uns. Da kommt er jetzt gleich rausgehüpft. Jetzt ist es weg. Darauf falle ich nicht rein. Du hängst da draußen und lässt deine Soße runtertröpfeln. Ich weiß es doch. Alter. Fuck. Buh. Shit. Jaa. Oh. Den konnten wir aber nicht mehr aufnehmen. Wo ist das? Da ist es. Also irgendwie finde ich das jetzt gerade ein bisschen komisch. Wartet das jetzt gerade im ruhigen Modus auf uns? Dass wir einen Schritt nach draußen tun, um uns abzunaschen? Ja, das wartet. So, wir hätten jetzt noch nie Möglichkeit. Wir haben hier noch ein bisschen Zeug für den Geräuschemacher. Ähm, wir machen das jetzt einfach so. Ja, wir müssen das Teil ablenken. Weil es scheint wohl ein bisschen schlau geworden zu sein. Ja, komm, machen wir noch einen. Egal jetzt. So, wir brauchen den jetzt auf jeden Fall. Den Geräuschemacher. Es ist hinter uns hier oben. Und... den Geräusche... Ja. Alter, ich will da reinklettern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben ge... Alter, halt deine Goschen. Mädel, mit deinem Rumatmen verrätst du dich, Mensch. Beim nächsten Mal nimmst du dir ein Taschentuch. Scheiße, es hat mich gesehen. Ich will da reinklettern. Ich will da nicht rein, ganz ehrlich. Mir ist das jetzt egal. Ich habe gespeichert. Gutes. Wir gehen jetzt da hinten hin und gehen hoch. Alter, mir ist das so wurscht, ey. Von mir aus kann er... Ich meine, das Einzige, was ich jetzt gerade eben noch wissen wollte, war, ob das jetzt noch ein toller Plan ist. Aber nein, es ist nur eine Ausweiskarte. Eine Ausweiskarte! Wer zum Geiler braucht eine Ausweiskarte? Ja, du bist über uns. Ich weiß das. Alter! Es kommt langsam auf uns zu. Ja, so weiter geht, brauche ich gleich nochmal ein Geräusch zu machen. Dass ich die vorher auch noch nie eingesetzt habe, ne? Das wartet darauf, dass wir jetzt gleich die Treppe hochlatschen. Ich sag's euch. Ja, jetzt dürfen wir erstmal eine Runde wieder hier unten rum eilen. Ich meine, ähm, hallo? Was ist das? Das ist aber kein Lüftungsschacht, ne? Das ist ein... Keine Ahnung. Was ist denn das für ein Schacht? Ein... Instandsetzungsschacht vielleicht, ja. So irgendwie... Zum Gucken, ob die... Ob die Elektronik gut verkabelt ist und so. Das ist gut. Muss ich ab und zu mal so ein paar Minuten einbauen, wo ich einfach nur ein bisschen labere und sage, Ach ja, das ist ja richtig schön, das Grün hier. Ist gut, wenn man ein Let's Play macht, dann macht man das noch bekloppter als sonst. Was ist das da vorne an der... An dem... Ein Teil hier hinten. Komm, wir versuchen es. Ich bin mir nicht so sicher. Nein, wir versuchen es nicht. Erst wenn das Teil oben ist. Also oben meine ich mit einer Etage noch höher. Das hört man ja immer, wenn das so so... Und dann polter, polter und dann ist es weg. Ach ja. Also, ich muss schon sagen, sieht sehr cool hier aus. Also, wenn ich ein... Bewohner dieses Schiffes wäre... Dann würde ich mich hier unten verstecken. Der Typ, der hängt oben, ich sag's euch. Der hängt sowas von oben. Ja, klar, direkt neben der Tür. Okay, was haben wir jetzt hier? Observationsbereich. Finden Sie einen Kompressionszylinder für den Auf... Ach, das ist unser... Ähm... Stockwert wechseln R. Wo soll das Teil denn sein? Wird hier nirgendwo angezeigt. Das wird wieder ne richtig geile Sache. Das wird wieder so ne... So ne... Nadel im Aheuraufen suche. So, hier sind wir. Okay, ähm... Dann werden wir mal einfach versuchen, hier was zu erreichen. Oder auch nicht. Alter, halt die Schnauze. Also, hier sieht es nach nichts aus, ey. Wenn das so weiter... Ich... Glaube echt. Was ist das denn? Wir schleichen doch schon. Was ist das denn? Eigentlich dürfte uns das Alien gar nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Wir sind sowas von sneaky. Wir machen gar nichts, ja. Wir sind sowas von imber. Wir schaffen das hier alles mit links. Ich weiß nicht, ob das so ein Wink mit dem Zaunfall ist, weißt du, den Typen da. Aber... Die Karte, ne Karte. Wet floor. Deswegen quietscht das hier überall. Aber ganz ehrlich. Erstmal hier drunter. Halt die Schnauze. Ich will ja nichts demolieren. Ne Leuchtfocke. Ist das nochmal... Privatfehler kann nicht gelesen werden. Ähm, was haben wir denn? Ähm... We sind die Jahre voraus. Ähm... Bircht. S-S-Smith, Leiter der Synthetenentwickler. Haben wir soeben die Baupläne für den 120A8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unseren Maulwurf zahlen, aber Sixen wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Weyland-Yutani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und alle ihre Ableger sind bei uns Lichtjahre voraus. Okay. Ihr Bericht... Ähm... Klar, wir spielen das einfach mal ab. Aber sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8000-Dollar-Anzüge. Es läuft auch folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich hab sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Das sind mal Ansagen. Das ist direkt über uns in der Errichtung. Ich dachte, hier wäre auch so ein Teil, wo das Teil runterkommen kann. Wahrscheinlich nicht so. Ist direkt über uns, ne? Ja. So. Ich werde jetzt erstmal kurz die Folge unterbrechen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.